Hallo und herzlich willkommen zur heißesten Woche des Jahres 2013, zumindest zur bisher heißesten Woche. Morgen beginnen ja auch kalendarisch die Hundstage und diese Hundstage beschreiben ja auch die wärmsten Tage des Jahres. Heute schon wird es richtig heiß, die Temperaturen erreichen teilweise 31 bis 34 entlang von Rhein und Main. Nur an Nord- und Ostsee ist es mit 26 bis 28 Grad etwas kühler. Auch die kommende Nacht ist verbreitet wolkenlos und die Temperaturen gehen zurück auf 19 Grad entlang des Rheins bis 14 Grad im Nordosten bzw. am Alpenrand. Schauer oder Gewitter sind zunächst keilen zu befürchten. Auch am Dienstag und Mittwoch geht es weiterhin sommerlich bis hochsommerlich weiter. Die Temperaturen erreichen vor allen Dingen hier im Süden bis zu 35 Grad und dazu wird es immer schwüler. Und das bedeutet natürlich auch in der Luft beginnt es zu brodeln und so bleiben natürlich dann die Schauer und Gewitter nicht lange fern. Sie kommen dann vor allen Dingen am Donnerstag zu uns. In der Südhälfte kann es dann ordentlich krachen und blitzen. Hier und da müssen wir bis zu 36 Grad auch mit Unwettern rechnen und auch nachts kühlt die Luft dann kaum noch ab. Stellenweise müssen wir dann mit tropischen Nächten rechnen. Das heißt die Werte liegen nachts um oder gar über 20 Grad. Schauen wir uns nur das kommende Wochenende an und das wird nach heutigem Stand wirklich richtig heiß werden. Am Samstag 28 bis 37 Grad und am Sonntag, das schießt nun wirklich den Vogel ab, 29 bis sagenhafte 39 Grad. Das kann natürlich dann für den einen oder anderen Kreislauf einen ziemlichen Kollaps bedeuten. Vor allen Dingen hier vom Südwesten zum Nordosten, da wird es wohl am heißesten werden. Nachmittags dann aber einzelne, teils heftige Schauer und Gewitter natürlich auch unwetterartig, die für Abkühlung sorgen. Nun ja, warten wir ab, ob es wirklich so heiß werden wird. Morgen wissen wir mehr. Bis dahin einen schönen, nicht allzu warmen Tag. Tschüss, machen Sie es gut.